Thomas Müller. Hallo. Servus. Frank, Junge, der war für dich. Robert Lewandowski. Okay, okay, Shami. Bereit? Sven Urreich. Bis zu weit, Ulle. Tolle Playlist. Ulle, du Teufel. Klasse. Hey, Levi. Ich habe gehört, du musst den Elfen schießen. Pass gut auf, mach so wie ich. Links oben rein. Du kennst das. Links unten, habe ich gesagt. Oder? Also, das was er sagt oder das was er macht? Das was er macht, links unten. Links unten? Was er gesagt hat. Aber auch mit links oder mit rechts? Nein, mit rechts. Okay. Ulle ist frei. Wie viele Elfmeter haben wir? Jeder fünf. Ulle, kurze Information. Die Botschaft kam von Arjen Robben. Weißt du ja, wo er immer hingeschossen hat? Ich weiß echt nicht, wo er hingeschossen hat. Bereit? Ja, ich auch nicht. Wie Arjen Robben. Das ist ja nicht zu fast. Ulle, der hat immer ... Nee, war gut. Jetzt habe ich komplett andere Technik gezeigt. Ja, stimmt. Oh! Warte, warte! Mein Gott, das kann ja nicht wahr sein. Er muss noch auf den Kopfhörer. Ja. Er hat gar nichts. Sowieso. Ja. Servus, Thomas. Ich zeig dir, wie eine gute Elfmeter geht. Ohne Torwart. Ohne Torwart geht. Ohne Torwart. Uuuuuh! Genau so. Und jetzt du. Der muss da nicht so einen Schein reinschieben. Das ist eine große Challenge. Du kennst ja den Frank Ribéry. Ha! Jetzt weiß er, wo ich hinschieße. Ja, genau. Oh la la! Das war mal gut. War gut. Frank, Junge, der war für dich. Das ist der Chip in die Mitte. Deswegen habe ich es gesagt. Das ist der Chip. Uuuuh! Hi, lieber. Das ist Xabi Alonso. Ich habe gehört, dass du heute eine Penalte nehmen musst. Und ich zeige dir, wie ich es mache. Rechts in der Oberfläche. Mit dem Schuh. San Sebastian. Oh, jetzt muss ich... Okay. Ja, ist schon. Okay. Kraft fahren. Servus. Okay, okay, Xabi. Cool. Cool, dass ihr alle unsere alten Kollegen da... Ja. Wer war jetzt? Xabi Alonso. Xabi Alonso. Okay. Ich weiß wohin. Diagonalbälle. Das war fast perfekt. Jawoll. Das war fast perfekt. Das war fast perfekt. Schade, Robert war nicht schlecht. Aber kein Tor. War unglücklich. Ich wollte genauso ausschießen wie er. Ja. Oh. 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 Mr. Thomas Müller, this is your number one fan, Justin Gardner, here in Houston, Texas. Super klar. And I want you to kick a penalty off the side left post. Gotta call that fang shot, just like me. Check it. No, no. On the side. No, no. On the side. Oh, ja. Muss ich an den Pfosten schießen? Ja, muss doch. Pfosten und Tor. Pfosten und Tor. Wow. Fast wie ich, aber bei mir aber kein Tor. Okay, Ulle. Aber der schickt dir mal einen Rasenmäher. Das ist ja Wahnsinn, schau mal. Das Gras juckt schon unter den Achseln. Die Gras unter die Knie. Bis zum Knie. Wie der Mario Basler. Das Ventil immer nach oben legen. Wow. Ein bisschen zu viel Kraft. Das war gar nichts. Aber das war nicht leicht. Ja, trotzdem. Aber ich muss wenigstens flach sein. Oder Tor. Nur Tor wahrscheinlich. Schade. Ich bin Wanjia Kong. Ich bin von Suzhou. Ich bin von Suzhou. Du brauchst keine Koffführer. Du brauchst keine Koffführer. Ich bin von Suzhou. Du brauchst keine Koffführer. Du brauchst keine Koffführer. Du brauchst keine Koffführer. Noch mal. Warte. Da hätte ich groß rauskommen können. Gleicher Einlauf, ja? Ja, ein bisschen mehr von der Seite. Ja. Oh, was ist das? Oh, Hulle! Er braucht aber eine starke Hand. Aha! War zu stark. War zu stark. War zu stark. Nein, weil er gesagt hat, er braucht keine Aufwärmen. Den hätte er gehabt. Ja, 50 Euro. Ja. Ja. Hi, ich bin Husam von Egypt. Ich will dich, wie ich in der leften Köln schütteln. Let's go! Mit links? Ja. Ich versuche den gleichen Anlauf. Gleiche Technik. Bis zu weit, Ulle. Ja! Das ist eine super Technik! Die Technik war okay, aber die richtig ein bisschen. Servus, Robert. Ich bin Mestre, einer der Bayern-Espos-Player. Ich begrüße Sie, weil Sie eine unglaubliche Leistung gemacht haben. Ich bin ein paar Jahre altes Jahr. Und ich möchte auch dich challengeen, wenn Sie einen Penalty machen können. Schau! Das ist nicht wahr, Frau. Das ist sehr interessant. Bereit? Ja! Er hat den falschen Schnitt gemacht! War der falsche Schnitt! Er sollte es angehen! Er war schon in der Ecke! Du hast nur den falschen Schnitt! Ich weiß. Er sollte andere Ecke gehen! Gut gesprungen, Ulle! Ulle, sehr gut! Thomas, jetzt du! Tolle Playlist! Ich bin Atul Lo. Ich komme aus Shanghai. Hallo! Servus! Schauen wir mal! Genau da! Da liegt alles an Ulle an! Ja! Ulle, jetzt liegt es an dir! Ja! Das ist ein toller Bricht! Da war genau gleich! Der hat echt so geschossen, direkt so halb umplatziert. Mit Maske? Jetzt auch? Weil Ulle so motiviert ist und so in die Ecken geht. Ja! Hi Robert, das ist Michael von Miami. Ich möchte, dass Sie eine Penalty nehmen. Ja, genau so! Genau so! Genau so! Ich bin das Trikot! Okay! Das ist schon... Ich zeige mich nicht! Aber er wechselseite jetzt, guck mal! Ja! Ist mein Glück! Von den USA, oder? Ja! So! Ah! Das hast du unglücklich! Ja! Hab ich alles gut gemacht! Ich hab alles gut gemacht! War wirklich sehr gut! War wirklich sehr gut! Ich hab alles gut gemacht! War sehr gut! War genau identisch! Ulle, du Teufel! Ah! Ich bin Zhang Yi! Ich bin Zhang Yi! Ich bin Zhang Yi! Ulle! Ich möchte, dass du etwas sagen kannst! Oh! Okay! Ah, okay! Zhang Yi! Das ist für dich! Du! Ich halte ihn! Ja! Aber du musst wissen, der Elfmeter wurde mir gezeigt von Zhang Yi! Ja! Zhang Yi! Das war super! Vajenka war super, aber... Zhang Yi! You are my man! Vajenka war super! Glückwunsch! Danke! Lewandowski! Bravo! 50 Euro an Ulle! Ulle! Wir betanken uns! Klasse, Junge! Klasse! Klasse! Klasse!